Jetzt soll ich mir echter noch neidwischen doppelt. Warum? Weil der Martin mich gerade provoziert hat. Alpha Mission ist Captured. Cleanup in 300 Sekunden. Willst du fahren, Jörg, oder soll ich fahren? Na, mach du. Bist du sicher? Nein, aber mach. 300 Meter. Ja, okay, jetzt haben wir gute Sicht. Jetzt gehen wir ein bisschen links weg. Ja, okay, da sind sie schon. Ja, man sagt, wann ihr bereit seid. In Positionen, dann holen wir sie uns. Zins zählt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis jetzt. Okay, also ihr müsst anfangen auf jeden Fall. Ich hab hier beschissene Positionen. Ja, kann ich sagen. Ich flankier die dann. Ähm... So, ne, das können wir nach und nach loslegen. Okay, und go. Alter. Hä? What the fuck? Einer down. Nein, noch mal down und down. Noch einer down. Oh, ich muss mich heilen. Noch mal einer down. Holy moly. Ich mach warten. Dann. Ich nehme kurz einen Insta-Doc. Der hat mich gut erwischt. Ich hab 8 Leben. Oh shit, Alter. Toll. Nochmal einen. Einer nochmal. Alle da, alle down. Kiste. Wo? Da. Ah, das geht nicht. Ah, ich seh's. Hier, meine Position Quad. Ja, genau. Jörg ist weiter. Ah, jo, jo. Ja, der fährt aber da vorbei, oder? Ja, auf jeden Fall im Auge behalten. Ich behalte ihn im Auge. Ich behalte ihn im Auge. Er fährt immer noch weiter in dieselbe Richtung. Wo sollen wir mit dem Cord hin? Irgendwann Schleckung geben? Ja, kann ich machen. Der fährt immer noch gleich die Richtung weiter. Unter dem Hügel verschwunden. So funktioniert, meine Freunde. Tschüss auf mich. Von nördlich 10 Grad, 20 Grad. Ich markieren. Genaue Position. Also, ich sehe ihn fast nicht. Der schießt auf mich. Fertig wird gewaschene Sackbunde. Gut. Ich treffe ihn nicht. So muss man es angehen. Wer ist das? Was ist das? Ja, ich hab schon mitgekommen. Ich hab schon mitgekommen. Ich hab schon mitgekommen. Ich hab schon mitgekommen. Genau da, da ist er. Da bewegt sich einer links und einer weiter rechts. Und da im Baum liegt einer. Ja. Kein Reiß. Reiß. Aber auch geht's. Ah, das sind 800 Meter oder so. Ja, der hat mal einen Quadbreifen kaputt geschossen. Fuck. Wo ist der andere? Und wo schießt denn der? Ich sehe es gerade nicht. Der hat die Kugel nicht kommen. Da oben am Buckel. Scheiße. Wieso funktioniert das? Da? Hinten? Wo? Warte weiter hinten. Ne, das ist Uwe. Doch da, ja. Meere sind das mindestens drei. Alle von links aber auch noch einer. Das sind total viele. Da an der Scheune ist einer. Gut Nacht, oh shit. Wow. Ich sehe den. Der ist da an einem Haus. Hinter der Mauer an einem Haus. Jo, 800 Meter. Dann ein bisschen runterziehen. Da war er ja. Da ist ein Zwei. Aber bei der Links war ein Anmerkrieg. Ja, aber das ist schon mich halt nahe zum... Scheune rechts. Ah, da hinten. Ich sehe ihn. An dem Gastank. Da hinter dem Gastank ist er. Aber bei links müsste er auch irgendwann... Aha. Ja, links ist auch noch mal einer. 40 Grad links. Ah, ich habe ihn gesehen. Hier irgendwo. Ich kümmere mich mal an den Linken. Ja. Ah, ich sehe ihn. Ja, 900 Meter ist halt... Das ist zu viel, Alter. Scheiße. Die Schüsse, die kann ich nicht. Weil der steht auch hinter dem Baum. Der rechts ist hinter der Scheune. Ah, irgendwo... Vertrieben nah auf mich. Ich kann ihn nicht lokalisieren von links. Der was schießt. Der schießt von hier. Meine Position. Ah ja, ich sehe ihn. Da hinten kommt noch mal... Da ist ein Auto. Äh, wo ist die S-Kartanzeige? 30 Grad. Der fährt jetzt auf die Büsse zu. Markier mal, Jörg. Ja, der ist da hinten. Der hinter dem Haus. Hinter dem Haus. Hinter dem Haus. Hinter dem Scheun jetzt, genau. Kommt der Verstärkung, oder was? Der Linke, der surrounded uns. Schüsse? Der ist jetzt da hinten irgendwo. Der Linke. Der... Der... Der Golf ist wieder in einem Buckel verschwunden. Ja, da kommt noch mal ein Auto. Loll. Da kommt... Ja, von links kommt auch noch mal ein Auto, ja. Alter, was geht denn da ab? Der Linke ist... Bei dem Roten Haus irgendwo. Hey, Uwe, bei dem... Bei dem Scope, dem DMS, oder wie das heißt? Ich bin gleich down. Hast du schon Inter-Doc? Ja, der beschießt mich. Ich bin im Gebüsch... Der ist zwischen den zwei Markierungen. Hinter der Scheune ist der Teufel los. Zwei Stück mindestens. Bin down. Aber von links schießen die auch. Hinter der Scheune drinnen direkt. Der läuft jetzt zwischen dem Haus und... Mach nochmal, ne. Der ist irgendwo hinter der Mauer. Der ist... Ich hab ihn... Fast getroffen. Der ist direkt hier. Ja, okay. Ja, ja. Genau. Der ist wieder drinnen. Ja, ich sehe ihn hin am Haus. Jetzt linke Seite? Ja. An einem kleinen Häuschen ist er. An dem Holzhäuschen vorne dran? Ja. Da. Ich glaube, ich hab's markiert. Bin ich sicher. Ich mach kurz weg. Weil ich muss den von hinten angehören. Ja, ja. Können ein bisschen auf den schießen. Ich sehe nicht von wo... Nur so zum Ablenken, dass er sich auf euch fokussiert. Ich seh'n ja. Ich seh'n ja. Ich seh'n ja. Der musste der kleinen Holzding sein. Ja, der war da... Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. grad'n. Ja. Maki, die Leiche, wo ich vorhin getötet hab', der Typ, der liegt ja auch noch da. Ja. Ja. Okay, ich komm' zum Dermischen. Ah, okay. Ja, aber ich hab'n Quote. Du musst mit irgendwas herfahren. Mein Quote ist schließbar. Alter, schon haben wir abgecheckt. Sauber. Ja, okay, wir haben's. Nice, okay. Einsteigen. Ja, ich hol' dich ab. Mhm. Das hab' ich jetzt nicht gedacht. Alter, was schwiftet der denn? Ich fahr'n bisschen. Ja, genau, grad aus. Wir haben uns sogar noch abliegen. Ich fahr'n bisschen rechts jetzt. Dann auch tue ich das kleine Stückchen durch. Dann auch tue ich das kleine Stückchen durch. Oh Gott. Alter, der fährt sich richtig beschissen. Kleines bisschen rechts, grad raus dann, Alter. Ja. Müssen wir noch kurz checken, was in den Kisten drin war, oder? Da war nichts da, sondern ich hab' schon geschaut. Alter, du bist. Ne, warte mal, das gab' schon mehr. Ich hab' 20.000 jetzt. Ja, okay. Ja, dann hat sich's schon gelohnt. 20.000, wahrscheinlich hat's das einfach nicht angezeigt. Ja. Also gut, alles gut. SVD. Mhm. Ja, die ist auch noch, glaub' geil. Hab' ich vor, Oberleg zu nehmen, aber... Aber D, mehr, besser.